die 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 so mein Name und dann willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von World of War Tanks ich hab's meinen den Ton schon leiser gemacht ich hoffe mal der ist leise genug und ey Leute es ist einfach so haben wir mal wieder Wort auf Worte äh Wort auf Tanks Wort auf Tanks zu spielen Jauh ich hab sogar getroffen alles klar erst mal zu hoch Alter es ist es ist einfach wieder Hammer mal Worte auf Tanks zu spielen so Anfang des Bildschirmes erst mal begrüße ich euch wieder hier Hardcore wieder aber ich find's schein das Spiel ist so dass man hier immer wieder aufhören muss so ich geh mal hier hoch also nochmal kurze Erklärung World of Tanks nice Spiel irgendwie seh ich von hier aus kein wo Scheibenkleister da war'n da war er der ist umgeflogen der ist umgeflogen kritischer Treffer ja komm 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 habe ich das getroffen wie sich nicht weg 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 ja leute word of tanks ein neues kriegsspiel eigentlich mit eins der besten simulationen die es überhaupt auf der welt geben kann finde ich eins der besten wirklich vor allem kriegsspiele panzerspiele du kippst sie um wenn man hat geile waffen man hat strategie muss man haben man lebt nur einmal man kann nicht respawn es gibt auch schnelltastfunktionen auch noch nicht gewusst ach du scheiße so zehn prozent den einwärmer noch mitkriegen alles klar alles klar alter ist eben doch noch doch noch so viele scheiße so damit zur nächsten runde wenn man ja das habe ich angesprochen wenn man stirbt dann ist man tot wir waren letztes mal mit einem ami unterwegs und jetzt sind wir schön mit einem deutschen panzerjäger unterwegs wir haben viel mehr waffen wir haben hier nicht nur he wir haben auch spreng glaube ich panzerabwehr und alles mögliche amal hier drinnen und wir sind relativ schnell unterwegs ich glaube das ist aber auch der sinn des panzerjägers dass er schnell unterwegs ist dafür mehr hinten keine ticke und wir haben nur von unser gewehr dran unserer kanone da sind die ersten ging aber wir können uns so bewegen okay gut weil wir werden zurückfahren wir fahren zurück kein problem wir werden uns so oh fuck fahrzeug zerstört fahrzeug zerstört ja ich will ja nicht sagen dass ich gerade überhaupt nichts gemacht habe ich bin grad extrem fertig aber ich wollte noch eine runde mindestens die mal aufnehmen eigentlich eine runde anzuzocken bis ich dann merke jetzt gerade aber ich muss mich erstmal ein zocken wie ich bin scheiße und C ja ich was mache ich hier wir haben sogar ein Abwenskalender hier Leute ich glaube wir lassen das eigentlich schon bei der voll ihr wisst ihr was ich spiele jetzt World of Tanks ich nehme in den nächsten Zeit noch mal ein bisschen was anderes von World of Tanks auf ich glaube ich habe mich ver... ne ich bin Daaaaah